Ja, hallo zurück. Wir kämpfen ja immer noch in Tirol, in Innsbruck, gegen die große österreichische Armee unter Karl von Österreich Teschen, der uns da mal wieder belagert. Und ja, wie angekündigt will ich diese Schlacht auch spielen, denn ich möchte hier kein Risiko eingehen, Tirol zu verlieren. Und deswegen gehe ich auch gleich in die Schlacht. Ja, es ist ein Stadtangriff, wo wir Verteidiger sind. Das heißt, der Feind wird auf uns zukommen und wir müssen uns eigentlich nur verteidigen, was recht praktisch ist. Währenddessen werden wir hier mit dem Anfängertipp versorgt, dass wir unsere Artillerie zunächst abprotzen müssten, bevor wir damit schießen können. Das ist sicherlich gut zu wissen. Und damit geht es jetzt auch in die Schlacht. Und jetzt. Ja, das Verfahren kennt ihr ja inzwischen von mir. Ich bin da ja knallhart. Soll heißen, bewaffnet Bürger und andere Randseinheiten, die keiner braucht, kommen in die erste Reihe. Das heißt, der Feind soll sich daran schon mal abreiben, erschöpfen, Munition verbrauchen und erste Verluste kassieren. Während die eigentlichen schlagkräftigen Truppen sich schön gemütlich im Hintergrund tummeln. Und bitte schön nicht zu hohe Verluste kassieren. So. Die Infanterie... Ja, die muss ich gleich noch manuell ein bisschen vorschicken. Der ist... Krieg ich schon anders zu reagieren. Die gehen mal hier hin. So. Der Feind ist ganz nah dran, sehe ich gerade. Das ist ja interessant. Und unser General steht mit innen drin. Ich mache gleich am Anfang mal so eine Ausweichbewegung mit unserer Kavallerie. Er hat seine Artillerie und Kavallerie an den Flanken positioniert. Wir haben gar keine Artillerie. Ja, und er steht natürlich total dämlich hier. Okay, das ist ja... Für unsere... Für unsere... Für die Chevalerie und Dragona. Das ist perfekt. Die perfekten Opfer. Ich fange mit einem Kavallerieangriff an. Wir haben ein Gebäude, Herr Oberzör. Er auch. Wir schicken beide zuerst unsere Kavallerie in die Schlacht. Was soll er ruhig machen? Ich gehe hier mit... Na, wo sind sie denn jetzt? Die schießen jetzt erstmal ganz gemütlich. Die auch. Ja. Dann ist schon mal die Hälfte erledigt. Und da oben auch. Und ihr könnt dann ganz gemütlich weiter vorrücken. Das läuft doch prima. Und die beiden Artillerie-Regaden vernichtend aufreiben. Die können auch wieder ganz normal sich hinstellen. Haben ihren Job gut gemacht. Hier stelle ich mal schön in die Deckung. Hier ist mal wieder Deckung. Ein bisschen nur, aber immerhin. Ein kleiner Heuwagen. Während wir hier einmal gepennt haben. Aber zum Glück nicht so schlimm. Denn die Ulanen haben zum Glück nicht angegriffen. Was ist uns nun denn möglich, um unserer Kavallerie die anzugreifen? Ulanen sind ganzen Reiter und die haben dementsprechend einen sehr hohen Anflugsbonus, aber schwache Nahkampfwerte, wenn es erstmal im Kampf dann ist. Und das Schöne ist, unsere Chasseurschival schießen auch teilweise noch, wenn sie schon im Nahkampf sind. Das ist echt toll. Also die sind richtig geil. Ich habe mich da doch wieder entschieden, die geil zu finden. Ich erinnere mich an meine Meinung. Währenddessen schießt seine Artillerie in den eigenen Hügel. Ja, das ist halt KI. Und wir greifen jetzt knallhart an, nutzen das sofort aus und vernichten seine gesamte Artillerie. Ja. Boah! 15 Tote mit einer Zahl. Da bleibt ja nichts übrig. So, weiter. Und auch hier hinten geht es weiter mit der nächsten Batterie. Wo ist sie denn? Hier direkt vor euch. Wir haben auch schon eine Kavallerieeinheit verloren. Und er hat jetzt seine gesamte Artillerieinheit verloren. Da kommen noch ein paar lächerliche Dragoner. Wir greifen ihn nochmal an. Um auch den letzten auszuheben. Hier hinten kommen sie zum ersten Liniengefecht. Ich ziehe die doch mal zurück, weil das ein bisschen doof ist hier. Die ein bisschen vor. Und ihr geht schön in die Stelle. Die machen etwas, was sie nicht machen sollen. Nämlich sich mit der Linie kämpfen. Unsere Männer fliehen, Sir. Egal. Alles halb ist schlimm. Also wir haben zwei Einheiten verloren. Das macht aber nicht so viel. Und wir haben uns hier falsch aufgestellt. Das muss ich gleich mal zugeben. Schande über mich. Meine teure, geliebte Linieninfanterie. Krieg ich jetzt voll einen drauf hier. Dass das doch eigentlich nicht nötig ist. Ja. Gut. Und die hier werden dafür jetzt auch nicht durchbludelt. Was ist das denn hier? Wie schließe ich denn auf? Oh. Ich glaube es nicht. Kein Wunder, dass die keine Feuerkraften verhalten können. Wenn die sich so aufstellen. So. Jetzt noch mal mehr Feuerkraft hier. Oh. Die brauchen es dann auch nochmal. Aber wir haben noch ein volles Regiment. Normalerweise schickt... Also im Multiplayer macht man das nicht. Da schickt man keine leichte Kavallerie auf Infanterie. Aber wenn die so verlockend hier stehen. Und wenn es KI ist, dann... Oh Gott. Jawoll. 20 tot. Und dann... Mit dem... Hügelbonus fett rein. Angriffsbonus. Wir haben jetzt gerade mal in diesem Gefecht jetzt 5 Mann verloren. Und jetzt schon 70. Also das geht gut voran. Und die haben Moralbisschen gar nicht mehr. Deswegen werden wir die jetzt ganz fix platt machen hier. Wir haben jetzt gerade mal 10 Mann verloren. Und die haben 100 verloren. Also so schnell geht's nicht. So. Ihr geht euch mal da hinstellen. Ihr motiviert die Trupps hier. Dass die mehr... Genauigkeit haben. Die sind das, was die Genauigkeit angeht, auf dem Niveau, was die Briten normalerweise haben. Also... So kann man es jetzt sehen ungefähr. Ach, hier ist ja auch noch ein Trupp. Das ist wunderbar. Ja, da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Hier ist der General. Den würde ich ja zu gerne abwurxen. Aber der ist gerade mitten in seinen Truppen. Da muss ich noch ein bisschen aufpassen. Ich stelle ihn mal... Ich stelle ihn mal da hin, so. Ja, wir haben trotzdem hier leichte Deckung. Das sieht man ja. Wir sind ein bisschen wie bei Company of Heroes. Also sehen, was das sagt. Company of Heroes, dieses... Da sieht man es. Hier prallen die Kugeln ab. Ich habe gerade eben zweimal gesehen, dass eine Kugel abgeprallt ist. An diesem... Da. Schwier. An diesem Heu-Ding da. Ähm, also Company of Heroes, da gibt es auch Deckung. Ist auch sehr realistisch. Nur halt eine andere Epoche. Aber äh... Gemetzel ist Gemetzel. Ob jetzt weiter Weltkrieg oder Napoleon ist relativ egal. Schusswaffen, Deckung. Ähnliches Prinzip. Nur halt kein Linienkämpf mehr am Zweiten Weltkrieg. Und keine Kavallerie. Stattdessen Panzer. Aber äh... Sehr ähnlich. In diesem Punkt zumindest. So. Äh... Na, er wird hier ein bisschen... Hier pusht der ein bisschen. Das merke ich. Ich stelle die mal um. So. Hier sind wir klar auf der Siegerstraße. Die hauen ab, haben sich ergeben. Dann kann hier eigentlich gar nichts mehr passieren. Ja. Das sind ja auch nur noch 37. Die kämpfen halt so lange, weil das... So... Nur Moral ist bei denen. Hier geht's in den Nahkampf. Und wir gehen mit. Und der Kap... Der General steht völlig alleine. Das nutzen wir knallhart aus. Ein glorreicher Sieg, Sir. Gehört bald Ihnen. Das nutze ich brutal zu glücklich aus. Den schieße ich jetzt ab oder metzele ihn nieder. Wie man's will. Ist mir egal. Hier gehen wir auch von hinten mit drauf. Und die Jungs gehen auch in den Nahkampf. So. Jetzt. So. Neun sind schon tot. Und jetzt mal sehen, ob wir den General erwischen. Wir haben den General getötet, Sir. Karl von Österreich der Schild ist verwundet. Es ist ja dieser österreichische und stärkliche General. Von daher... Ja, die werden auch ordentlich durchgenudelt hier. Und kriegen hier noch Schüsse hinten rein. Also das ist auch perfekt. Ja, das ist ein glorreicher Sieg. Den General haben sie auch vorübergehend verloren. Wir haben 558 Mann verloren. Und 1370 getötet. Und ich sehe es hier an der Schlachtstatistik. Die Chasseur Archival hat einen entscheidenden Anteil. Aber auch die Linien für sie leere. Die bewaffneten Bürger haben erwartungsgemäß nicht so viel abgemurkst. Ist auch klar. Können die auch nicht... Ja, da ist nicht viel mehr über. Ah, das ist ohne Geräusch. Müsst du kurz durch. Das ist ein kleiner Bug bei Napoleon Total War. Einer der wenigen technischen Bugs. Das haben aber alle. Das ist nicht nur bei mir so. Das weiß ich. Das ist... Genau. Man hat an einer Stelle irgendwie... Äh. So ein Geräusch. Da muss man woanders hingehen und dann ist es weg. So. Okay. Jetzt versuchen wir mal irgendwie Wien zu beschädigen und wir... Nee, das ist mir alles zu. Sollen wir denn hier ein Handelshaus? 60 Prozent, das mache ich. Das hat nicht geklappt. Oh, in England haben wir noch einen Spion. Du sollst nach Wien. Ähm. Gefolgsmann. Aufstehmännchen. Gelehrte Mediziner oder nicht. Sollten nie mit dem Launen des Gesetzes oder engstehniger Moral belästigt werden. Sie brauchen Fleisch. Was ist das denn für ein Lustiger? Minus eins zufrieden hat Unterklasse, aber für zivile Technologien. Eigentlich noch nie. Ein Aufstehmännchen. Aber hier ist immer die letzte moderne Universität fertig geworden. Und, äh. Ja, die Forschung ist jetzt... Un... Unterbrechbar, möchte ich fast sagen. Wir rüsten weiterhin kräftig unsere Industrie und so weiter auf. Ja, mit dem Spion hier drüben können wir jetzt nichts anfangen. Der kommt einfach... Ja, mal sehen, irgendwo hin. Und, äh. Ja. Neue Gerichte ist auch mal eine Maßnahme, um noch ein bisschen mehr Kohle zu verdienen. Und... Da. So. Wir gucken ja 22.000 pro Runde, das ist echt heftig. Ähm. Ja, die Österreicher sind fertig. Wir haben kaum noch große Armeen. Napoleon steht vor Prag. Hier ist ein Drei-Sterne-General. Und ich glaube, es ist der junge Johann von Österreich. Ähm. Hier steht immer noch unsere Armee. Vor sieben Bürgen. Ich... Ich glaube, die haben sich wieder zurückgezogen, die Österreicher. Können aber auch... Ich weiß, dass in Galicien keine Armee ist. Ah, ist natürlich verführerisch, jetzt Galicien einzunehmen, ne? Also in sieben Bürgen ist definitiv eine Armee. Das weiß ich. Hier haben wir ein paar Honks. Danke. Leute. So, zurück. Unsere Marine hängt immer noch in seinem Handelshafen drin, aber... Ich zieh mich jetzt dann mal gleich zurück und... Die Russen haben in Sevastopol eine Werft. Da muss ich da hin und zwar ganz dringend. Ähm. Da muss sofort... Das muss... Das ist ja eh bald meins und so wichtig in Österreich jetzt... Wir haben hier in Bayern noch einen Verbündeten. Sachsen noch da. Alles noch da. Also... Ich will jetzt mal Sachsen hier überlegen... Äh... Überreden. Da... Muss mal ein bisschen zu helfen. Und zwar gegen... Erstmal beide. Österreich und Preußen. Nein. Dann nur... Preußen. Oder nur Österreich. Nur Österreich versuch ich mal. Nein. Okay. Okay.